ja hallo liebe mieter und freunde und hier noch ein teil gartenbahn diesmal mit der br 218 aus dem aw cottbus in schwarz-weißer lackierung sehr schön mit zwei silberlingen die auch heute ihre erste fahrt hier auf meiner kleinen gartenspar probespur absolvieren ja das sieht doch sehr schön aus prima so macht spaß jetzt muss man mal gucken wann und wie ich denn die gleise und die gartenbahn hier dann doch mal irgendwie aufbau und installiere das ist hier noch ein bisschen arbeit eine kleine probestrecke ist ja auch erst mal ganz schön mit diesen bildern bis zum nächsten mal